Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen unter der Map Gletsch sozusagen zeigen. Wo man richtig eine geile Base bauen kann. Für das müsst ihr an diese Location kommen wo ich jetzt gerade bin. Das ist 10 zu 72 1. Und wie ihr seht könnt ihr da einfach unter dieser Eisschicht laufen. Und unter dieser Eisschicht könnt ihr auch bauen. Wenn ihr jetzt da anfangt zu bauen, das weiss keine Sau, dass man da unten bauen kann. Das heisst, ihr werdet richtig lange nicht gefunden. Ihr könnt euch da verstecken solange ihr wollt bis es gefixt wird oder was auch immer. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kurze Bewertung da. Ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Wir clearlyカ permitgen euch die Welten Caroline. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.